Hi, ich bin hier Linus, ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in Berlin. Meine Modelerfahrungen haben eigentlich angefangen, nachdem ich ein Jahr in Amerika war, eigentlich zum Basketball spielen. Und das war halt L.A. Gegend, wo alle möglichen meinten, so hey, probier's doch mal. Ich hab ein paar Jobs gemacht, aber nix weltbewegendes und relativ paar Tests einfach und ja, das sind meine Erfahrungen. Ich hab Legasthenie und mit 5, 6 Jahren hab ich sehr viele Schwächen einfach auch gehabt im Sprechen, hab gestottert, lesen war alles sehr schwierig. Gleichzeitig kam ich dann glücklicherweise ins Basketball und hab dann da irgendwie mich selbst ein bisschen aufgebaut und damit bin ich dann einfach irgendwie doch trotzdem durchgekommen und irgendwie geschafft, dass ich mein Abitur trotzdem geschafft hab und gleichzeitig aber auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen wieder erlangt hab, dadurch, dass einfach Basketball eine andere Welt ist. Ich mach ungefähr drei-, viermal Sport in der Woche, also viermal, wenn's geht von der Zeit. Ja, im Moment sehr viel einfach im Gym und ab und zu mal im Sommer halt auf dem Freiplatz und ja, einfach das, was grad so kommt. Ich bin aber auch meistens offen irgendwie zu neuen Sachen, zum Beispiel Scoresch fand ich immer super und schwimmen hat's mich jetzt auch besser gepackt. Es gibt wahrscheinlich viel Konkurrenz und ähm, gleichzeitig ist es aber für mich so, im Wettbewerb, der, welcher gewinnt, der wird gewinnen und ich geb einfach mein Bestes und ich will sehen, wie weit ich komm. Und äh, ja, gewinnen wäre auf jeden Fall toll. Deswegen, mal gucken. Ja. 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 Ja.